Fortnite Random Squads, der Ort, an dem wohl die skurrilsten Persönlichkeiten der ganzen Welt auftreten. Auch ich möchte mich in diesen skurrilen Persönlichkeiten beteiligen und Schauspieler in jeder Runde eine gewisse Rolle. Heute spielen wir als Charles Bouglois, dem freundlichen François Sönes, deren Nachbarschaft. Und meine Teamkameradin kann einfach nicht aufhören, sich kaputt zu lachen. Aber seht selbst und schaut bis zum Ende, wie sie auf meine Auflösung reagiert hat. Alter, es ist... Junge Bütze, hör auf. Nee, lass es. Nee, justens, wenn ich noch mal singe, ich gehe zu Papa, ich denke, ja, normales Lover. Ich will ganz umale Lieder. Pardonne, ich sei in Ordnung bei dir. Hä? Ich frage, ob alles ist gut bei dir. Ich höre, du bist sehr sauer. Ja. Ja, ist also gut. Ihr hattet, ihr hattet Streit. Ihr seid immer noch streiten. Das ist sehr langsam. Warum ihr kommt in einen Hund und ihr seid nur am streiten? Das ist ja völlig eine Katastrophe. Pardonne, ich höre nur die Lachen. Worüber ihr jetzt lacht? Ich bin ein Wiedosparapel, der schützt. Ist das eine Scheibenwischer, deren bin ich quietscht? Nein. Also, ich brauche Hilfe. Dieser Arschloch versucht mich zu erkennen. Ich habe schon gemacht, finde ich. Ich bin ein Profi. Also, du bist ein Wiedosparapel. Moment mal. Ah, merci bien. Produk. Braucht ihr die Hilfe? Ich bin sehr gut. Ah, dieses Spider-Man-Arschloch hat mich fast gemacht tot. Ah, doch. Ich habe nicht. Und das ist kein schönes Gespräch mit dir. Du bist nur am Lachen und Sterben. Lachen und Sterben. Hast du immer noch nicht verstanden, dass ich ein Franzose bin? Doch, doch. Ohlala, du bist aber wirklich leicht zum Lachen zu bringen. Ja. Und wirklich Kommunikation, du machst nicht? Doch, doch. Also, was sind deine Hobbys? Fangen wir einmal an so. Es gelten, zeichnen und losgehen. Deine Sohn. Oh, ich spiele selten am PC. Das muss ich sagen. Ich spiele nicht so oft. Aber ich spiele Fußball. Ich auch. Ah, du spielst auch Fußball. Bist du gut? Ja, mein Bruder. Und ist der gut? Ja. Ah, très bien, monsieur. Du hast noch nie geredet mit einer Franzosen? Oder warum musst du lachen so oft? Äh, ich laufe einfach so im Arschloch. Du bist eine fröhliche Person. Ja. Ja. Und ihr sind die Arschloch? Ah, der Spiderman. Ich habe gemacht, finde ich. Ich habe gemacht, die andere, finde ich. Die mit dieser Medaillon. Das ist gut. Oh, ich glaube, ich bin wieder der beste Spieler. Sacre bleu. Diese Fähigkeit, ich habe nie gehabt. Wow, Sacre bleu. Mit der Kette und Säge. Was ist das für ein Horror-Szenario? Oh. Egal, was du machst, lauf weg vor diese Psychopathen. Oh, oh. Mon Dieu. Gesundheit. Ah, hier hat niemand gemacht, Miesen. Also, wo finde ich diese Horror-Motorsäge? Ich werde sie benutzen gegen diese Arschloch. Hier kommt ein Flieger. Lava, er ist unter uns. Attention. Wir werden gewinnen. Ich weiß das einfach. Oh, Lord. Wir werden verlieren. Sie schießen schon wieder auf mich. Oh, merde. Merde. Oh, no. No. No, mon ami. Oh, das ist wieder diese... Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Hier werde ich das gelbischofen. Oui, très bien. Die Horror-Kette und Säge. Du bist die Beste. No, no. Kann es sein, du bist ein wenig nervös. Oh, was ein arrogante Pinkel. Ich hasse dich. Oh, no. Da sie kommen. Ich kann nie wieder schlafen gehen. Ja, vielen Dank für die Runde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihr wart super sympathisch. Und bis zum nächsten Mal. Oder auf Beagle Place gibt es mehr zu sehen. Dankeschön. Ciao, ciao. Ich bin leise. What the fuck? Ich bin leise. Ich bin leise. Ich bin leise. Ich bin leise.